Horoskop für heute, Stia, 21. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie können sich jetzt mit vergrabenen Gefühlen in einer Freundschaft oder Liebesbeziehung auseinandersetzen. Wenn Sie Ihre Gefühle loslassen, fühlen Sie sich wahrscheinlich gereinigt und gestärkt. Ihre Augen öffnen sich für etwas, das Sie vermieden oder beiseite geschoben haben. Die Sonne in Ihrem Solarhaus harmoniert heute mit Uranus in Ihrem Zeichen und Sie können Positivität ausstrahlen. Sie könnten Ihre Herangehensweise an andere und Ihre Projekte ändern, da Sie sich auf Fortschritt und Verbesserung konzentrieren. Sie sind jetzt besonders attraktiv und ziehen die Aufmerksamkeit anderer auf sich. Es kann eine Zeit sein, in der Sie romantisch oder einfach selbstbewusst und ausdrucksstark sind. Der Tag ist ziemlich energiegeladen und Sie haben das starke Gefühl, dass Sie Ihre Ziele erreichen können. Romantisch und kreativ sind Sie in guter Form. Der Drang, für Aufsehen zu sorgen oder ein Risiko einzugehen, ist stark. Gleichzeitig verbringt der Mond den Tag in Ihrem Privatbereich und es besteht ein gewisses Bedürfnis und ein gewisser Drang, neue Energie zu tanken, sich auszuholen und nachzudenken. Die Sterne stehen günstig und heute könnte es in Ihrem Liebesleben die plötzliche Überraschung geben, für die Sie gebetet haben, Stier. Während die mächtige Sonne durch die Felder Ihres Solarhauses der wahren Liebe, Leidenschaft und Verabredungen brutzelt, wird Sie einen Blick zurück auf den elektrischen Uranus werfen, der in Ihrem Solarhaus der Identität Ihrem Sternzeichen lächelt. Dies stellt sicher, dass Sie sich fühlen könnten, als ob ein Blitz Ihr Herz elektrisiert. Gehen Sie Risiken ein und zeigen Sie sich, wenn Sie Single sind. Gehen Sie auf ein erstes Date mit jemandem, der Sie fasziniert oder der nicht Ihr üblicher Typ ist. Wenn Sie in einer festen Beziehung sind, seien Sie impulsiv und wild, während Sie Ihren Schatz umhauen. Bleiben Sie sich selbst treu. Wenn die Sonne in der Jungfrau ein Treiden zu Uranus in Ihrem Zeichen bildet, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie nichts Verrücktes tun müssen, um in Ihrem Arbeitsumfeld aufzufallen. Es mag Situationen gegeben haben, in denen Sie etwas Untypisches getan haben, um in Ihrem Berufsfeld einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wenn sich die erdige Energie heute stabilisiert, werden Sie vielleicht feststellen, dass subtile Änderungen und Details einen größeren Unterschied machen als eine radikale Veränderung. Ihr Auftreten wird die Art und Weise verändern, wie andere Sie sehen. Sie können authentisch sein, ohne drastische Maßnahmen zu ergreifen. Sie könnten sich in diesen Tagen unterschätzt fühlen. Versuchen Sie, dieses Gefühl zu lindern, indem Sie auf andere zugehen. Sie müssen jetzt nicht auf die Leute zugehen und sagen, schätzen Sie mich, das ist bei weitem nicht Ihr Stil. Sie müssen jedoch anfangen, mehr auszugehen. Auch wenn es nur für eine Stunde ist, suchen Sie sich mehr soziale Situationen, was in den kommenden Monaten zunehmend einfacher werden sollte. Sprechen Sie über das, was Sie tun, und teilen Sie den Leuten Ihre Gedanken und Gefühle mit. In Ihrem Leben passieren gute Dinge. Sie fliegen praktisch. Heute werden die Schwingungen Sie auffordern, das Tempo zu erhöhen und auf den Zug der Möglichkeiten aufzuspringen. Legen Sie los, wünschen Sie sich Veränderung und versuchen Sie, sich weiterzuentwickeln. Dies wird in Ihrem sozialen Leben entscheidend sein. In den kommenden Tagen werden Sie alles haben, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein, aber im Moment müssen Sie Geduld haben. Außerdem werden Sie Ihre Ziele nur in dem Maße erreichen, indem Sie die Dinge in Ihrem Kopf ordnen. Also, machen Sie sich an die Arbeit. Nach dem gestrigen Vollmond kann es noch immer Spannungen am Himmel geben, es ist jedoch wichtig, innezuhalten und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Die morgige Rückkehr des Mondes in den Stier wird für mehr Klarheit sorgen und nach ihrem Zusammenstoß die Harmonie mit der Sonne wiederherstellen. Da in der Zwischenzeit nächste Woche mit einer Zunahme der Aktivität zu rechnen ist, insbesondere bei der Arbeit, ist es wichtig, heute alle Hinweise zur Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und persönlicher Zeit zu beachten. Während Merkur seine letzten sieben Tage in ihrem romantischen Sektor verbringt, weiß er, dass mit seinem Weggang alle planetarischen Aktivitäten an der romantischen Front für dieses Jahr beendet sind. Da die Sonne nur noch vier Tage vom Weggang entfernt ist und das Solar aus Herzensangelegenheiten entfernt, wird Merkurs Mission, ihrem Herzen eine Stimme zu geben und Herz und Verstand auf eine Linie zu bringen, immer dringlicher. Täglicher Planetenüberblick Machen Sie sich heute frei, da die Sonne in der Jungfrau einträgen mit dem rückläufigen Uranus im Stier bildet. Diese kosmische Ausrichtung bietet Ihnen eine außergewöhnliche Gelegenheit, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sich ohne Grenzen so zu akzeptieren, wie Sie wirklich sind. Es ist, als ob Ihnen das Universum eine Erlaubnis gibt, authentisch zu leben, aber hier ist der Schlüssel, Sie müssen sich diese Erlaubnis auch selbst geben. Heute spüren Sie vielleicht, wie sich eine innere Revolution zusammenbraut, die eine intensive Veränderung in Ihrer Sicht auf sich selbst, Ihre Identität und sogar Ihren Platz in der Welt auslöst. Es ist ein Tag, an dem Sie sich von allen Zwängen befreien können, egal, ob sie Ihnen von anderen oder, was häufiger vorkommt, von Ihnen selbst auferlegt wurden. Haben Sie jemals diesen Moment der Erkenntnis erlebt, in dem etwas Klick macht und Sie sich selbst plötzlich in einem neuen Licht sehen? Diese Art von Energie ist heute im Spiel. Sie werden aufgefordert, alle alten Narrative, die Ihnen nicht mehr dienen, abzulegen und ganz in Ihr authentisches Selbst zu treten. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, die auf Sie warten, wenn Sie sich erlauben, derjenige zu sein, der Sie schon immer sein wollten, ohne Angst vor Verurteilung, ohne Zögern und mit voller Akzeptanz Ihrer Einzigartigkeit. Möglicherweise stellen Sie auch fest, dass Ihre Schlagfertigkeit und Ihr Gespür für Möglichkeiten Sie heute zu einem Magneten für bedeutungsvolle Gespräche machen. Waren Sie schon einmal in einem Gespräch, in dem Ihre Ideen und Erkenntnisse bei der anderen Person etwas Neues ausgelöst haben? Das ist die Art von Dynamik, mit der Sie arbeiten. Ihre Kompetenz und Kreativität kommen voll zur Geltung, und die Menschen um Sie herum werden Ihre Fähigkeit zu schätzen wissen, Ihnen bei der Bewältigung Ihrer eigenen Herausforderungen zu helfen. Indem Sie Ihre Ideen und Energie teilen, schaffen Sie eine Umgebung der Zusammenarbeit und Unterstützung. Bei all dieser Energie könnten Sie sich jedoch etwas nervös fühlen, insbesondere wenn Sie spüren, dass jemand in Ihrer Nähe etwas verbirgt. Dieses Gefühl könnte dazu führen, dass Sie überreagieren oder Annahmen treffen, die möglicherweise nicht ganz richtig sind. Sind Sie schon einmal voreilige Schlussfolgerungen gezogen und haben später festgestellt, dass die Dinge nicht so waren, wie sie schienen? Es ist wichtig, diese Gedanken nicht zu dramatisieren, insbesondere wenn es um Ihr Privatleben geht. Atmen Sie tief durch und geben Sie sich den Raum, Ihre Emotionen zu verarbeiten. Wenn etwas angesprochen werden muss, warten Sie, bis Sie sich weniger provoziert fühlen, um es mit Klarheit und Geduld anzugehen. Diese Zeit der inneren und äußeren Transformation kann Momente mit sich bringen, in denen Sie das Gefühl haben, Hindernisse überwinden zu müssen, die Ihnen zuvor unüberwindbar erschienen. Haben Sie sich selbst schon einmal überrascht, indem Sie eine Herausforderung gemeistert haben, die Sie einst für zu groß hielten? Heute stecken dieser Mut und diese Entschlossenheit in Ihnen. Sie werden feststellen, dass sich durch die Offenheit und eine freundliche Einstellung gegenüber neuen Möglichkeiten neue Türen öffnen, die zu wirklich lohnenden Erfahrungen führen können. Wenn Sie heute finanzielle Entscheidungen treffen möchten, wäre es vielleicht ratsam, innezuhalten und nachzudenken. Manchmal stoßen selbst die besten Pläne auf unerwartete Hindernisse. Haben Sie schon einmal den Impuls verspürt, eine große Anschaffung oder Investition zu tätigen, nur um später festzustellen, dass es klüger gewesen wäre, abzuwarten? Heute ist Geduld der Schlüssel. Der Kosmos rät Ihnen, die Dinge sorgfältig zu überdenken und auf einen günstigeren Zeitpunkt zu warten, wenn Sie das bestmögliche Ergebnis erzielen möchten. Vertrauen Sie darauf, dass Sie durch langsameres Vorgehen Entscheidungen treffen, die Ihnen auf lange Sicht besser dienen.